Hallo Leute! Heute das jetzt hier nur für meinen Spaß. Ihr glaubt gar nicht, wie ich hier am Schmunzeln bin über diesen Deradel, wie der sich da nennt und was er für einen Blödsinn erzählt. Wie gesagt, Beleidigungen gehören nicht in die Forschung. Da kann man über jeden Scheiß reden, aber nicht über Beleidigungen. Da sollte man lieber vorsichtig sein und mal versuchen rauszukriegen, was hat denn die eigentlich da? Gut, also ich mache jetzt hier mal das nächste Ding. Das, was ihr hier seht, das ist die Autobahn von Dresden Richtung Frankfurt am Main, die A4. Und hier gibt es eine kleine Abfahrt, die geht hier rein, geht hier ran. Ich mache es jetzt gleich mal ein bisschen größer, damit ihr das mal seht. Guckt mal, da kann man fast schon sehen, wie die Autos hier unter diesem Berg verschwinden. Jetzt mache ich hier einen kleinen Schnitt, mache jetzt hier mit dem Bild weiter aus dem Programm Planlauf-Terrain. Das ist theoretisch sozusagen die Erweiterung vom digitalen Geländemodell, was ihr kennt, also dieses DGM. Und hier ist entsprechend hier da, das ist die Einfahrt, hier kann man es nochmal sehen. Und der Knubbel, der hier unten ist, das müsste theoretisch die Überdeckung sein, die diese Einfahrt stützt. Wie gesagt, geht direkt, also hier unten, Richtung Harhausen. Jetzt schalte ich mal ganz kurz nochmal um. Und das hier, was ihr jetzt hier seht, ist jetzt dieses Planlauf-Terrain. Das ist dieses Georadarbild, was wir benutzen für entsprechende Forschungen. Und ich zeige euch das mal, ich zoome hier mal rein, ich muss das jetzt ein bisschen verschieben, weil da kommen zu viele Details, um einfach mal Spaß zu sehen. Hier, das hier, das ist der Bienenstein heute im digitalen Geländemodell. Und das Interessante ist, in diesem dreidimensionalen, ich kann mir das hindrehen, wohin ich will, ich kann mir das angucken, wohin ich will. Also wir arbeiten da schon mit ganz neuen Methoden. Und da kann man halt auch mal sehen, die man, Sachen sehen, die man so bisher nicht so richtig auf dem Schirm hat. Weil auf den russischen Informationen, die wir haben, ist das hier tatsächlich eine eingesprengte Einfahrt. Also, wie gesagt, da können wir eine Menge zeigen. Ich könnte hier stundenlang Tunnel und Eingänge zeigen, haben wir eine Menge. Was ich euch zeigen will, ist eigentlich das, worüber wir reden, nämlich über die Einfahrten, von denen wir gerade gesprochen haben. Ihr seht, dass ich mir das hier hin und her schieben kann, wie ich das will, das muss ich auch machen. Sonst kann ich die Größe gar nicht zeigen. Denn, ihr werdet es nicht glauben, das ist eine von drei Einfahrten. Die habe ich gerade beschrieben, das ist hier die Autobahn, hier geht es rein. Und hier unter diesem Gebiet, wo jetzt gerade mein Mauszeiger ist, den nehme ich mal weg, das ist jetzt die Wachsenburg. Hier drunter soll, nach den Hinweisen, die wir haben, ein Ausweichquartier für Hitler gewesen sein. Es ist also nicht das Führerhauptquartier, sondern eigentlich von der SS gebautes Ausweichquartier. Da sagen die Zeitzeugen sowas drüber. Ich will es nochmal ganz kurz entsprechend weiter zeigen, damit wir hier im Rahmen bleiben. Das hier ist Arnstadt. Hier ist Polte 2. Für die, die es wissen, können sich darüber informieren, ansonsten lest mein Buch. Hier ist das MDW, Mitteldeutsche Werk. Und nach den russischen Karten gibt es tatsächlich hier zwischen zwei Tunnel, die als Torpedo-Versuchstunnel gelaufen sind. Wissen wir nicht genau, haben wir noch nicht richtig geortet. Wir haben zwar Anzeigen, aber da sind wir noch nicht genau, also lassen wir das erstmal stehen. Aber das hier, guckt mal euch den Spalt hier an. Ich mache den gleich mal größer, damit ihr das mal seht. Hier, das ist der Spalt. Hier, das ist das sogenannte Heidenholz und das hier ist die Baugrube bei Bittstedt. Guckt mal hier. Heutzutage ist übrigens ein bisschen älter die DGM-Aufnahme. Hier ist mittlerweile schon weitergebaut worden. Hier ist die alte Einfahrt. Das ist eine von den Einfahrten. Die andere Einfahrt, von denen ja alles nichts da sein soll, die ist tatsächlich hier. Da gibt es Luftbilder von. Guckt mal da rein in den Luftbildern von diesem Ding. Ganz interessante Sache, da sind die Einfahrten. Und jetzt sind wir hier bei dem Flughafen. Hier nach da ist ja wohl ein Pille-Palle. Das ist genau die Geschichte, wo sie reingegangen sind, wo sie die Flugzeuge reingebracht haben. Auf den Luftbildern sind die Straßen dahin sogar zu sehen. Also macht mir einfach den Spaß und lasst solche Sachen weiter weg von solchen Dingen. Und wir sind der Meinung, und das sage ich auch ganz offen, das ganze Gebiet ist komplett untertunnelt. Das ist, wenn ich der Meinung darüber will, ich sozusagen meinen. Ja, da gehe ich weiter von weg. Das ist so. Weil wir sind nämlich mittlerweile dabei, dass wir hier noch eine weitere Einfahrt auf der Strecke haben. Und laut Zeitzeugenaussage gibt es da einen Hinweis darauf, dass da sogar ein Fahrstuhlschacht ist, mit dem man mit dem Auto in die Anlage fahren kann. Also geht mal wirklich davon aus, dass das Ganze hier eine riesige unterirdische Anlage ist. Wie gesagt, kommen jetzt zwei Bücher raus. Einmal noch ein Teil zum Thema Atombombe. Da ist schon ein bisschen was von dem drin. Und dann mit dem dritten Buch, was ich jetzt gerade, wie gesagt, am Schreiben bin, werden wir da sehr detailreich. Das ist, wie gesagt, die Geschichte, die wir da haben. Und wie gesagt, das ist eine ganz große Heftigkeit. Übrigens, das will ich nochmal dem Adel sagen, weil der sagte, er hatte nie eine Einfahrt gefunden im Tal. Er weiß da nicht, wo da was im Tal sein soll. Kann ich Ihnen mal was zeigen? Da gibt es auch ein entsprechendes Luftbild von einem 200 Meter langen Zug. Wir haben das mal mit Geoportal hier ausgemessen. Mit einem 200 Meter langen Zug. Und das Witzige ist, das ist ja eine Aufnahme von heute her. Aber da gibt es tatsächlich eine Einfahrt mit einer Brücke, die hier reingeht. Irgendwo hier muss eine Einfahrt sein. Und damit ihr mal seht, wie so eine Einfahrten verschüttet aussehen. Damit ihr mal so ein bisschen das Gefühl habt, worüber wir eigentlich reden. Was uns Zeitzeugen so sagen. Dann zeige ich euch mal ins Amt 7, die Einfahrt. Das muss ich jetzt hier aufmachen. Ich muss hier eine bestimmte Stelle finden. So, da sind wir. Amt 7, die Einfahrt. Mach's ganz groß. Da geht nämlich heute noch die alte Originalstraße bis hier hin. Und dieser Ding ist zugeschüttet. Also für die Leute, die das interessieren, das war auch eine sehr große Einfahrt. Wer die Anlage Malachit schon mal gesehen hat, der kennt diese Einfahrt für die PKWs. Da hat man auch den Film über die Schatzjäger von den amerikanischen Soldaten gedreht. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Monumentsments hieß der Film. Da ist er. Und da hat man in dieser Einfahrt gedreht. In Malachit. Das Witzige ist, das ist genau so eine kleine Schlucht, die an dem Bergrand rangeht, wo man ganz schnell mit Zuschütten die ganze Einfahrt dicht machen kann, wo man dann nicht mehr sehen kann, was da Sache ist. Ich mache jetzt nochmal Google Earth auf. Dann könnt ihr das auch nochmal so sehen. Ich habe es jetzt nämlich schon vorbereitet. So, also nochmal zur Überblick. Na, Polte ist hier. Hier ist Amt 800. Hier ist die MDW. Da ist die Einfahrt da oben. Hier ist Heidenholz-Einfahrt. Hier ist die zweite Einfahrt. Das ganze Ding, da ist was drunter. Das Witzige ist ja daran, das darf man sagen, alle konzentrieren sich aufs Jonastal. Laut Luftbilder ist vor September 1944 kein einziger richtiger Handschlag im Jonastal passiert. Da gibt es nur eine Baustelle in Richtung Gossel. Die ist dort im Luftbild zu sehen, aber mehr ist da nicht getätigt. Man muss sich mal vorstellen, mit welcher Brutalität das deutsche Regime im Jonastal ab September oder August, äh, September, Oktober, ab Oktober 1944 erst dort angefangen hat. Das heißt also, die ganzen Stollen, über die wir im Jonastal reden, sind nicht vor September 1944. Es ist eine gewaltige Bauleistung. Wenn es nicht so schlimm wäre mit den Arbeiten der Zwangsarbeiter, dann würde ich sagen, Mensch, die hätten den Flughafen bauen sollen bei uns in Berlin. Die wären schneller gewesen. Das ist leider ironisch, bitte benimmt mir das jetzt nicht übel, aber es ist leider so, man hat die Leute zur schlimmsten Arbeit gezwungen und das dürfen wir nicht vergessen. Da ist hier eine gigantische Bauleistung gemacht worden und wie gesagt, da geht es in vielen, vielen Richtungen weiter. Ich habe es im Buchfels geschrieben. Es gibt zwei Bücher, die jetzt in Planung sind. Eins ist im Druck, das ist der zweite Teil von Atombombe. Und dann gibt es ein weiteres Buch, das ich jetzt gerade schreibe, ist zu 90% fertig. Und das richtet sich dann nur noch um diese Themen. Kommen bald raus. Ich hoffe, dass das mit dem Verlag bald klappt. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend. Und wie gesagt, glaubt nicht jeder Mobbing-Scheiße. Man weiß ja nicht entsprechend, wer da wie motiviert ist. Es ist meistens so, dass das einer ist, der sich richtig angepisst fühlt, weil er es nicht gefunden hat. Und so nehme ich die Sache. Ich wünsche euch was. Bis dann und habt's gut.